Die Trainings sind lang und hart. Was gibt es Schöneres als danach eine Abkühlung im Pool? Doch das Wasser ist kalt. Brutal kalt. Der Captain wagt dies als erster. Mit nur 13 Grad ist das Kühlwasser noch kälter als das Meer. Und gerade weil es so kalt ist, ist das, was Kelsengashi und Albia Nayeti mit Davide Galla planen, die Gemeinheit des Tages. Man beachte, wie Davide Galla mit dem Rettungsring Mass nimmt, ob Ayeti da durchspringen kann. Das Ganze unter den Regieanweisungen von Kelsengashi. Mohamed Eleni beobachtet frierend, was weiter geschieht. Galla fliegt, die Mannschaft lacht und Gashi rennt.